Ich weiß wie wir es gleich machen können. Ich hau mir hier gleich irgendein Ressource Pack drauf, dass ich durch die Wände gucken kann. Komm einfach wieder hoch, wir suchen gleich ein paar Ärzte. Wir machen eine Farming Folge. Okay. Ich bleibe jetzt hier unten, bis du da oben fertig bist. Mit was? Ja, ich denke mal bitte meine Grid Drill. Den baue ich jetzt nicht, sorry, aber nee. Ich habe es mir gerade angeschaut. Werde ich mich später hinsetzen und den bauen. Wie gesagt, ich komme runter. Ich habe eine Idee, wie wir es machen. Wie es effektiv auch geht. Kommst du wieder zum Mittelgang zurück? Ich farme gerade das Blöcke. Ach, hast du welche gefunden? Ach, du Redstone. Es kann doch nicht sein. Sag mal schau, wenn du wieder zurück bist. Ich finde, ob es brauchst du eigentlich? Mindestens fünf Stück. Ich finde Gold. Wow. Ich habe eine Höhle gehört. Aha. Höhle ist immer gut. Ich bin stolz. Okay. Stopp mal da. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn du mir kurz hilfst, geht es schneller. Bei was? Der Mining Drill hat ja 250.000 Energie. Und wenn die leer ist, das macht immer genau denselben Gang dann. Ich habe schon einen Gang fertig gemacht und du kannst die ganzen Erze rechts, links, oben, unten, alles abfahren. Ich glaube da war sogar schon Lapis bei. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Dann können wir da so vier, fünf Bahnen mitmachen. Und dann haben wir wieder genug für einen halben Tag an Herzen. Komm mal zurück, ich zeig's dir. Ich bin schon auf dem Weg. Ich schlägt halt die ganze Zeit auf irgendwas. Ja, auf Blöcke über mir. Ja. Du musst jetzt nicht halte Flasen machen 3x1. Wenn ich schon auf dem Weg zurück bin, dann kann ich auch gleich so noch gucken. Ja gut. So ... Es hab ich schon auf ein wenig dabei gemacht. stattermausm Oh das行st. Ich hoffe ich hoffe es macht verd ****2. Ich glaube ich esいい. hey diese zwei tiefen löcher ganz ehrlich baute die gefälligst zu wenn ihr unter der tage seid als würde ich den gang noch mal jemand abgehen ich mache hier neben wieder neuen und hier kannst du einfach abgehen und alle ärzte abfahren als ob ich jetzt alles abfarbe weil ich nur das was wichtig ist und das ist in diesem modpack alles komm wir gehen jetzt ganz normal farben also ganz ehrlich redstone eisen und kohle farben schützt erst einmal nett doch ich gehe doch diesen gang dann nicht noch mal ab wenn ich brauche ich haben es doch einfach ab will ganz ehrlich weil irgendwann bist du da wieder auf der suche nach oder schreist wieder wenn ich das hier wenn ich das ist wieder mitkriege ich hier lang und eventar voll kam es dort ich bin schon dabei ist so gut wie möglich einzusammeln ich nehme ja wenigstens nimmt ja auch nehmen wir auch das mit weil man es ja irgendwann wieder braucht ein paar aus dem du hast hast doch ein weg dabei dabei dass ich brauche irgendwann brauchst du zeit Ich wollte was anderes in der Folge machen, außer Farben. Such doch schon mit Nachdruck nach Lappes. Gehen wir weiter. Ich hasse dich echt. Was denn? Muss ich jetzt echt später dann wieder nochmal diesen Scheißgang ablaufen? Ja. 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 Ja, du meine Güte. Geile Ironie. Wenn du die Arzt abgefarmt hättest, hättest du Lappes jetzt. Okay. Ich hab's gerade. Dann komm hol dir deinen Lappes. Ich hab auch Lappes. Und Dias. Hast du nicht sowieso gestern gesagt? Und dann ist ja aber schön. Meintest du nicht sogar gestern wir haben kein Eisen mehr? Irgendwann? Ja. Wo wir Kids hatten. Genau. Und warum willst du so feilen wir mit deinen Einstellungen irgendwann wieder in diese Situation, wenn niemand Eisen farmt? der sagt. ey. Dago. Dago. Nee. 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 Weil ich jetzt in dieser Folge mich nicht darum kümmere, Erze zu farmen. Das ist keine Timelapse. Das kann auch mal in der Nummer in Folge kommen. Ganz ehrlich, das gehört auch zum Spiel dazu. Außerdem so lange ist das nun auch nicht. Wie lange bist du jetzt in der Mine? 5 bis 10 Minuten? Ja und ich habe Lapis, jetzt gehe ich hoch und mache das Ding hier zu Ende. Führe... Okay. Das, das, das. Oh, machine things. Och, ne. Das ist jetzt schon wieder. Brauchst du noch mehr Lapis? Ne, ich hab noch euer Stück. Jetzt brauch ich Reeforst Eisen. Maschinenstruktur brauche ich überhaupt nicht. Was fehlt? Wasser war wieder klar. Was kostet denn eigentlich eine Immersive Pumpe, dass man es vielleicht automatisiert wird? Ne, stopp mal. Ich hab ne Sink. Ich brauch nur ein Fluid Cable. Die von Immersive? Geht noch nicht. Das weiß ich. Da fehlt uns noch das, was du machen wolltest. Drei, vier, fünf, sechs. Das, 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 das. Und das hier rein. Zehn Stück. Okay. So. Das, das, das Transfernaut Item. Transfernaut Fluid. Transfer. Weck mich am Arsch. Transferpipe. Transferpipe. Die sind eigentlich easy. Wir brauchen Latex. Ha! Was brauchen wir für Latex? Holzstämme. Okay. Wo ist das Problem? Es dauert bis die durch sind. Oh! Lapis. Aus dem Reward Pack. Ike. Schau mal in die Kiste. Was sticht dir ins Auge? Danke. Das war aber nicht von mir. Das war schon da drin. Das war schon die ganze Zeit scheinbar da drin. Hey, wir haben keinen Lapis mehr. Du brauchst es doch gefühlt eh gleich wieder. Warum hast du dir nicht, was weiß ich, einen halben Zweck zurückgelassen? Weil ich das hierfür tatsächlich... nicht mehr brauche. Copper Elektron-Type. Ich brauche einmal Reinforced Circuit Board. Brauche ich zwei Stück. Ich brauche zwei Eimer. Zwei Circuit Boards. Ich brauche acht Transfer Pipes. Zwei Copper Elektron-Type. Zwei Elektron-Circuit. Die habe ich noch. Eimer. Zwei Stück. Ein Eimer. Zwei Eimer. Habe ich. Dann die Zircuit Dinger kommen auf jeden Fall in die Mitte. Nicht die verbesserten die Einfachen. Habe ich. Kopperelektronen. Ich brauche noch eins. Ich brauche noch eins. Reinforced Dingsbums, Redstone und Eisen. Die waren hier. Das eine kommt oben, das andere kommt auch oben hin. Da hin. Da hin. Dort fehlen noch die Pipes. Was fehlt hier? Wasser. Das mache ich später. Komm wird fertig. So. Zircuit Board ist fertig. Ich brauche ein Kupfer Dings. Dingsbums. Das mache ich wie Kupfer und Redstone im Fabrikator. Das ist also hier. Wo ist das Kupfer hin? So. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da haben wir es. Vier Stück. Zwei Eisen. Und dann brauche ich. nur noch die Pipes. Ja. Zwei Eisen. Die Pipes, Redstone, Silikon und Konvoiabelt. Konvoiabelt. Redstone brauche ich vier. Und Silikon. Sand hatten wir hier. Es fehlt Wasser. Wie auch immer. Und die Dinger mache ich in der Rolling Machine. Wow. Genau. Wie ist. Hier die habe ich im Inventar. Silikon und die Bels. Das und das. Das. Wie viele kriege ich raus? Vier Stück. Das reicht nicht. Das, das und Redstone. So. Da haben wir die und die machen wir in der Minecraft Table sehr schön. So. Oh, wir kriegen ganze 32 Stück schon da raus. Ja. Ähm. Die Sink war hier. So. Und jetzt auch Schlecken hier. Transfer. Transfer. Fluit. Verbunden. Ja. Und es läuft voll. Wir haben müssen kein Wasser mehr da oben rein machen. So. So. Dings. Ne. Ich brauche nur die Pipes zum wieder umbauen zu Fluid Pipes. Hä? Die Transfer Pipes sind gleichzeitig Fluid Pipes. Nein. Ich brauche die Fluid Pipes von die Mercer. Ne. Das war falsch. Ich wollte das hinterrücks machen. So. Dahin. Dahin. Da ist ein Fisch im Waschbecken. Schön. So. Das baue ich gerade vollkommen falsch. Aber das sieht auch gut aus. Hast du noch 4 Refined Iron zu finden? Ne. Eins habe ich noch. So. Wie mache ich das? Einfach nur Eisen reinlegen. Und ja. Wir brauchen bald Lava. Ne. Hier ist doch noch alles voll. Da ist nix voll. Äh. Kannst du mir bitte nochmal 2 Convoyer Bates herstellen? Ich mache den Tank hier auch automatisch mit Lava voll. Weil. Das müsste. Müsste. Ich habe den. Äh. Die habe ich schon. Für den Fluid und den Item Transfer Teil verballert. Also.